Eine Enthüllung aus einem Star Wars Buch bestätigt, dass Obi-Wan Kenobi befürchtete, Luke Skywalker würde während Episode 6 die Rückkehr der Jedi-Ritter der dunklen Seite verfallen. Das betreffende Buch trägt den Titel From a Certain Point of View – Return of the Jedi und vervollständigt die Triologie der Anthologie-Romane, die Momente aus den Filmen der Star Wars Original-Trilogie aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln verschiedener Haupt- und Nebenfiguren darstellt. Mit einer Geschichte, die in diesem Buch zu lesen ist, hat Lucasfilm einige interessante Einblicke in den dritten Film der Original-Trilogie von George Lucas gewährt. Die Geschichte, die in dem Buch nachzulesen ist, bestätigt, dass Obi-Wan Kenobi die Hinwendung von Luke Skywalker zur dunklen Seite während die Rückkehr der Jedi-Ritter befürchtete. Die Kurzgeschichte, die Teil des Buches ist, trägt ebenfalls den treffenden Titel From a Certain Point of View und wurde von Alex Jennings geschrieben. Die Geschichte schildert Obi-Wans Perspektive der Szene in dem Film, in der er den titelgebenden Satz sagt und geht der Frage nach, warum Obi-Wan befürchtete, dass Luke genauso enden würde, wie sein Vater vor ihm. Jetzt ein Zitat aus dem Buch. Es stimmt also, was ich dir gesagt habe, fuhr Obi-Wan fort, von einem bestimmten Standpunkt aus gesehen. Obi-Wan spürte den Kampf in Lukes Herz. Unter einer Schicht der Ruhe lag ein aufgewühltes Meer voller aufweilenden Gefühlen. Dunkelheit und Licht vermischten sich. Lukes Dunkelheit kämpfte gegen das Licht an, aber seine bessere Natur war, obwohl sie ruhiger war, die stärkere von beiden – im Moment. Natürlich war dies nicht das erste Mal, dass Luke so kämpfte. Früher war es die Bindung an seine Freunde, die ihn in die falsche Richtung zu ziehen drohte, selbst nachdem Obi-Wan ihn gewarnt hatte. Lukes Stimme brach. Von einem gewissen Standpunkt aus? Dieser Auszug aus dem Buch beweist endgültig, dass Star Wars Obi-Wans Seite der Geschichte bezüglich seiner Lüge über Anakin beleuchtet. Natürlich dreht sich der Titel und die Geschichte um Obi-Wans Beharren darauf, dass Anakin Skywalker aus seiner Sicht von Darth Vader getötet wurde, wobei Luke erwidert, dass Obi-Wan ihm nicht die Wahrheit gesagt habe. Dies war schon immer ein umstrittener Teil von Star Wars – nicht nur wegen der Art und Weise, wie George Lucas seine Entscheidung, Anakin zu Darth Vader zu machen, umgeschrieben hat, sondern auch wegen der Art und Weise, wie Obi-Wan es darstellte und Luke erzählt hatte. Nun aber erforscht Lukas' Film in dem Buch, warum Obi-Wan Luke damals in Episode 4 belogen hat. Es ist klar, dass diese Lüge Obi-Wan dazu veranlasst hatte, um Luke zu fürchten – insbesondere durch die Art und Weise, wie Lukes Wut und Emotionen aufstiegen, als er Obi-Wans Erklärung hörte. Obi-Wan spürte Lukes Reaktion darauf und befürchtete, dass seine dunkle Seite seine Helle überwiegen würde, wie es in Episode 5 Das Imperium schlägt zurück fast schon einmal der Fall war. Diese Geschichte ist sehr wichtig, da sie endlich Obi-Wans Seite der Geschichte aus die Rückkehr der Jedi-Ritter wiedergibt und gleichzeitig die Angst des Jedi-Meisters vor seinem ehemaligen Padawan bestätigt. Gleichzeitig zeigt sie aber auch, dass die Helle Seite in Luke schon immer wesentlich stärker war. Denn trotz der Lüge von Obi-Wan über seinen Vater, verfiel Luke nicht der dunklen Seite und erlöste schließlich seinen Vater. Und damit wären wir mit diesem Video auch wieder am Ende angekommen. Wie immer hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein!